Hallo und herzlich willkommen zu Physik mit Kalle. Wir beschäftigen uns heute mit der potenziellen Energie im Gravitationsfeld. Für dieses Video solltet ihr bereits den Film über das Gravitationsfeld gesehen haben. Wir lernen heute, was potenzielle Energie ist, wie die Formel für die potenzielle Energie auf der Erdoberfläche, also in einem homogenen Feld, aussieht und dann sehen wir uns die generelle Formel an, am Beispiel der potenziellen Energie im Gravitationsfeld der Erde. Die potenzielle Energie, man schreibt normalerweise e-Pot, eines Körpers in einem Feld gibt an, wie viel Arbeit das Feld an dem Körper verrichten könnte. Wir wissen bereits, auf einem Körper der Masse M, der sich in einem Gravitationsfeld befindet, wirkt die Gravitationskraft Fg. Daraus folgt, die potenzielle Energie im Gravitationsfeld ist also ein Maß dafür, den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com in der ersten Reihe. So –